Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Nein, nicht Battlefield Team 4SI Mit Riener und mir Hi Leute, ich bin das erste Mal bei meinem eigentlich ersten Let's Play und werde einfach mal hier mein Bestes versuchen Genau, er ist ein Deutsche unter uns Genau Das schwarze Schaf Ja Kann man eigentlich die eigenen Leute abballen? Nein, ich glaube es nicht Scheiße, ich bin dann tot Ich auch Und bei mir lädt es jetzt Der Sedi und ich waren letztens auf dem Server also auf dem, wo wir das Spray gemacht haben wo die Ladezeiten vom Spawnen so lange waren Ich bin Da bin ich schon wieder tot Warte, ich muss mal die Aufnahme beenden Das immer wieder Nein, nicht beenden, fortsetzen Und In welchem Team bist du eigentlich? Blau Ich auch Das ist voll gefallen, ich habe noch keine Ahnung Weil ich habe das Spiel erst seit vorhin Weil ich habe das Spiel erst seit vorhin Und da Stimmt Du bist nicht so der Einzige Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin in dieser Halle Ich auch Oh, da ist auch einer mit Bist du auch der mit dem Militär? Ja Ist jetzt gerade eine Treppe hoch? Nein Nein Ah doch Der andere, der so einen Granatwerfer mit Feuer hat Der ist wirklich kriminell Da ist einer so mit einem Scharfschützengewehr Immer wenn das Tor aufgeht, schiesst der gleich rauf Ah, da bist du Lukas, der Rede Komm Da bin ich Ah, hallo, Gimpel Ah, das ist das für ein cooles Ich glaube ich brenne Das ist so ein Cheater Ja, blöd Ja, schon noch Es dauert voll lange, die zu Abzufeuern Die Militär Ja, du kannst Rechtsklick machen Dann freit sie einfach nur im Leerlauf Ja, komm Jetzt habe ich dich geholt durch 9 Minuten Nein Schon wieder tot Der was und unsichtbar Schon wieder tot Ja, und wie gesagt Ich habe Mech Da geht leider Nicht so viele Spiele Aber einige Ein paar halt Ah, ich bin so ein Noob Du bist noch Jetzt bist du wieder Lukas Hier bist du wieder Lukas Da schiesst einer Das ist ein Sentry Gun Das ist ein Sentry Gun Jetzt bin ich tot Team Red gewinnt Es habe gewonnen auch Es habe gewonnen So. Und jetzt? Jetzt müssen wir warten. Meistens ist dann... Oh nein, jetzt bin ich wieder blau. Ah, da. Ich sehe dich. Oh, der geht raus und ist schon drin. So, aber ich war da. Wow! Wow! Wie viel da rumlaufen hat. Man hat voll keine Deckung nach dem Tor. Ich erinnere mich, der letzte von unserem Team bist du. Echt? Ja, ja. Druck mal top. Hätte ich jetzt nicht getan. Der verdammte Bronz-Team. Acht. Nein! Ich habe noch keinen gekillt. Schade, dass wir nicht... Ja. Wie geht das auch? Das geht auch zu drin, oder? Also der Seki könnte jetzt auch mitmachen. Ja, klar. Das geht zu unendlichst. Ja! Der ist schon tot. Es macht Bock, wenn man gut dran ist. Ja, schon. Ich bin überhaupt blau. Hey, hole ich mich jetzt selber? Da kann man immer nach dem Tod dieses Foto speichern. Und wer macht schon ein Foto vom fremden Set? Ich habe glaube ich gerade einen Move gemacht. Hä? Jetzt bin ich im Team Raider. Scheint es so schlecht war. Ich nehme mal einen anderen Klass. Dann hat es gleich die Mannschaft gewechselt. Ich nehme mal den Granatwerfer, Mensch. Kann man die wechseln? Ja, mit Koma. Mit was? Mit Koma während du es bahnst. Okay, cool. Ah, mit Rechte? Ah, okay. Jetzt bin ich groß. Ich verwechsel oft Linke und Rechte. Bei rechts benutzt man sonst oft. Und dann denke ich, ich drücke die Linke, dabei drücke ich die... äh, ich denke ich drücke die Rechte, dabei drücke ich die Linke. Nein. Mann. Boah, das ist ja kein Let's Play mehr, das ist ja kein Let's Noob. Ja. Let's Die. Die schreien da voll rum. Die sprechen teilweise auf Deutsch. Ich habe mich selber getötet. Ich bin zuerst getötet. Cool. Nicht so, nein. Mann. Nein, echt. Wie kann man schon wieder chatten? Inter, glaube ich. Nein, nicht Inter. Was ist überhaupt der Typ da mit der Beisszange oder was das ist? Der Mechaniker. Der kann so... Ähm. So Sentry Guns aufstellen. So Roboter, äh, selbst aus Anlass. Wo echt ein klein, 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 klein Nigger ist. Scheisse. Den werde ich noch kaputt machen. Oh. Ich habe noch keine Ahnung, was es so gibt. Der hat so einen mega Sentry Gunn der anderen. Ich meine... Das Blut, das spritzt immer voll. Ja. Klingt so die Erne, Gliedmaßen. Alles dicht rum. Ich brenne. Wie macht man das, wenn man nicht mehr brennt? Rumrennen und rumhüpfen. Ja. Schreiend panisch im Kreis. Nein, Bro. Ins Wasser geht. Nein. Nein. Übung macht den Max. Ich nehme mal den Flammenwerfer. Mal schauen, was der drauf hat. Oh, ich bin dominiert worden. Fuck you. Ja. Habe ich ihn gekillt? Wie schreibt man überhaupt? Ich weiss das nicht mehr. Bitte. Oh, der ist so fein. Die warten direkt. Ja, voll. Bis einer rauskommt. Und dann... Du hast keine Chance. Weisst du, das sind alles so komische Sozialopfer, die keine Ahnung haben. Ganz ehrlich. Ja. Das kann es doch nicht sein. Die haben alle so komisches, echtes Geld ausgegeben für das. Das ist so fies. Ha, der ganze Kopf fällt weg. Der Rest bleibt noch dran. Ich glaube es nicht. Alles kleine Opfer. Ja. Ja. Die Riemen. Die Riemen. Die Riemen. Wie lange geht es? Wie lange geht es? Geht es dann unendlich weiter? Ja. Ja. Ja, toll. Hektar! Boom, boom, boom. Ah nein. Was bist du? Bist du auch Gold, oder? Nein. Blau. Du, wie führt. Aber du hast mich noch nie getötet. Ich sehe dich gern. Ich schaue gern hier auf den Mund. Ja. Victory. Nun. Sollen wir mal eine andere Map machen? Oder ist es aufwändig, die zu wechseln? Hm. Ja auch immer eigentlich. Ähm. Und mal einer mit weniger Server. So. Jetzt könntest du mir... Müsstest du mir können... Ähm. Nachschweinen. What? Ja. Mhm. So. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Und es lädt. Mhm. 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 Ja. Ich frage mich, ob ihr mit dem CD heute auch noch aufnehmen könntet. Ja. Ist der online, oder ist der noch gar nicht? Nein, der ist gar noch nicht online. Okay. Ich gehe ins roten Team. Ich habe von mir lädt es noch. Ähm. Wow. Was läuft? Was ist das für eine geile Map? Zu besser. Das ist ja eine ultrageile Map. Das will ich auch sehen. Aber es lädt. Ganz... Ganz krass. Was? Wow. Das ist richtig cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Ich kann eigentlich rot nehmen. Ich bin blau. Äh. Doch. Ich bin... Nein. Ich bin Wahnsinn. Ich bin... ... Ich bin... ... Ich bin... ...